Alex ist noch immer mit der Begleitung eines neuen Klienten beschäftigt und hat diesen mittels Profiling bereits besser kennengelernt. Anfangs wusste Alex nicht, was ein Profiling überhaupt ist. Eine Kollegin in Alex Soziale Organisation hat erklärt, was Profiling ist und wie man es am besten anwendet. Alex hat also gelernt, dass es verschiedene Arten von Profiling gibt und was diese für den Begleitungsprozess bringen können. Nun will Alex noch mehr über Profiling wissen und vertieft sich in die Thematik. Dabei stößt Alex auch auf den Begriff Assessment, der für Alex bislang noch unbekannt war. Jetzt ist Alex etwas verwirrt. Zuerst wollen wir uns noch mal mit dem Profiling-Begriff auseinandersetzen. Profiling wird für viele Anwendungsbereiche verwendet, zum Beispiel in der Kriminalistik, im Marketing oder in der IT-Branche. Im Sozialbereich ist damit meist die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils gemeint. Aktuell wird es wohl am häufigsten im Bereich der beruflichen Integration und Vermittlung genutzt, insbesondere im Übergang von Schule zu Beruf. Hierbei wird es auch häufig berufliches Profiling genannt. Dafür möchte man Erkenntnisse in den Bereichen Wissen, Fähigkeiten, Ressourcen, kognitive Fähigkeiten, berufliche Motivation und Potenziale erlangen. Was verstehen wir nun unter Assessment? Die begrifflichen Abgrenzungen sind hierbei nicht ganz einfach zu ziehen und sind meist fließend. Assessment bedeutet Bewertung, Beurteilung, Einschätzung und steht für die Analyse innerhalb der Personalpsychologie. Diese beschäftigt sich mit den Prinzipien der Auswahl und der Beurteilung von Arbeitenden. Hierzu bedient sie sich unterschiedlichen psychologischen Methoden. Geschulte Fachkräfte haben die Aufgabe, passende Bewerber zu erkennen, sie einzuladen und anzustellen. Sie entscheiden über Auswahlmethoden und ordnen darüber Menschen bestimmte Jobs zu, indem sie deren Fähigkeiten für den Job identifizieren. Dazu werden häufig sogenannte Assessment Center genutzt. Diese haben übrigens ihre Geschichte in der Rekrutierung von militärischem Personal in der deutschen Reichswehr nach dem Ersten Weltkrieg. Assessment Center laufen ein- oder mehrtägig und sind daher kosten- und zeitaufwendig. Hauptsächlich werden im Assessment Center unterschiedliche Arbeitssituationen, die wichtige Aufgaben der künftigen beruflichen Tätigkeit beinhalten, simuliert. Zudem können Assessment Center weitere diagnostische Verfahren wie zum Beispiel Leistungstest oder Persönlichkeitstest enthalten. Übungen im Assessment Center sind Gruppendiskussion, Konzeptionsübungen, Präsentation, Postkorbaufgaben und Rollenspiele, wie zum Beispiel Mitarbeitenden oder Verkaufsgespräche. Geschultes Fachpersonal, die Assessoren beobachten und bewerten das Verhalten der Teilnehmenden in diesen Übungen. Die Teilnehmenden bekommen Ergebnisse meist in einem individuellen Feedbackgespräch oder in einem Feedbackbericht zurückgemeldet. Assessments werden immer häufiger PC gestützt oder ganz online angeboten. Dadurch können Distanzen aufgehoben werden. Allerdings setzt das jedoch digitale Kompetenzen der Bewerbenden bereits voraus. Alex weiß nun, Assessment wird primär im Kontext der Arbeit zum Gewinn von geeignetem Personal angewendet, wobei Profiling in der sozialen Arbeit mehr als das beinhalten kann. Assessment kann einerseits als ein Teil oder eine Methode von Profiling gesehen werden, andererseits auch als tiefen Profiling innerhalb des beruflichen Profilings. Allerdings werden beide Begriffe Profiling und Assessment immer wieder in gleichen Kontexten genannt und verwendet. Alex versteht nun also, dass unter Profiling alle Methoden und Tests fallen, die es in diesem Bereich gibt, um die vielfältigsten Gesichtspunkte abzufragen und so Lebenslage, Bedürfnisse und Ressourcen von Menschen erfasst und abgebildet werden können. Ein Assessment dagegen ist speziell auf eine bestimmte Situation ausgerichtet, hat ein klar vorgegebenes Ziel und ist dadurch spezifischer. Dadurch kann Assessment ein wichtiger Teil von Profiling sein. Bleibt für Alex noch die Frage offen, wie kann man Profiling am besten anwenden? Und wie werden die gesammelten Ergebnisse dann dokumentiert und übersichtlich dargestellt? Nun wollen wir uns der konkreten Anwendung in Organisationen widmen. Es macht Sinn, sich den Prozess zu überlegen, für was, wann und wie Profiling angewendet werden soll, falls von den Auftraggebenden nichts vorgegeben wurde. An dieser Stelle sollten wir auch einen Blick auf das Customer Relationship Management, kurz CRM, werfen. Inzwischen arbeiten viele soziale Organisationen mit CRMs, in denen wichtige Daten von Teilnehmenden gespeichert und verarbeitet werden. Einige dieser Tools haben bereits Profiling-Verfahren impliziert oder können zum Profiling verwendet werden. Alle Ergebnisse des Profilings können im CRM dokumentiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es dann möglich, die Ergebnisse aus erneut durchgeführten Tests zu vergleichen. So lassen sich zum Beispiel Fortschritte oder weitere Förderbedarfe innerhalb einer Qualifizierungsmaßnahme messen, identifizieren und leicht visualisieren. Bei einigen CRMs ist es mittlerweile möglich, eigene Bereiche zu individualisieren, also auf seine Organisation und deren Maßnahmen anzupassen. Die Daten müssen selbstverständlich geschützt und nur für berechtigte Personen zugänglich sein. Einige Organisationen haben ihre eigenen Profiling-Verfahren entwickelt, zum Teil analog, vermehrt auch digital. Andere kaufen auch Verfahren, zum Beispiel durch ein Online-Abo oder Tests und fügen diese ihrem Angebot hinzu. Hierzu zählen auch Intelligenztests, die meist nur von geschultem Personal durchgeführt werden dürfen. Alex weiß jetzt gut über Profiling und seine Möglichkeiten und Anwendungen Bescheid. Im Gespräch mit der hilfreichen Kollegin kommt die Frage auf, ob Profiling grundsätzlich immer effektiv ist. Nein, natürlich nicht. Jedes Profiling hat auch seine Grenzen und ist immer nur bedingt aussagekräftig. Es gibt viele Faktoren, die das Ergebnis eines Profilings beeinflussen können. Überlegen Sie mal, wo und wann führen Sie ein Profiling durch? Abends in einem vollen Gruppenraum? Kennen Sie die Person überhaupt? Ist die Person über Sinn und Zweck des Vorhabens informiert und hat sie dem eingewilligt? Haben Sie überhaupt das passende Tool ausgewählt? Sind Sie konzentriert bei der Sache? Haben Sie genügend Zeit eingeplant? Ist die teilnehmende Person psychisch und körperlich in der Lage, das Profiling zu machen? Wie ist die Tagesform der teilnehmenden Person? Wie viel darf ich unterstützen? Können Fragen oder Ergebnisse meine teilnehmende Person verunsichern? Wie werden die Ergebnisse dokumentiert und wie analysiert? Wie stelle ich eine gewisse Wertfreiheit sicher? Auch im Hinblick auf die Barrierefreiheit sind vorab einige Überlegungen zu machen. Kann die teilnehmende Person lesen, sehen, hören? Falls ja, wie gut? Kann der PC adäquat benutzt werden? Ist es möglich, sich längere Zeit zu konzentrieren? Wird die Aufgabe kognitiv verstanden? Welche Assistenzdienste können oder müssen genutzt werden? Wie viel darf ich selbst assistieren? Außerdem sollte auch nicht aus den Augen gelassen werden, ob das Profiling analog oder digital durchgeführt werden kann oder soll. Einige Testungen können ausschließlich analog und im Tun durchgeführt werden. Deren Ergebnisse lassen sich im Anschluss jedoch digitalisieren. Immer mehr Testungen und Profiling-Tools werden mittlerweile auch digital und online angeboten. Dadurch können Distanzen überwunden werden. Allerdings müssen dafür bei den Teilnehmenden auch digitale Kompetenzen vorhanden sein. Eine Nachbesprechung findet meist nicht gleich im Anschluss statt, was zu bedenken ist. Es ist bei den digitalen Tools jedoch zu beachten, dass der Datenschutz gewährleistet ist. All diese Faktoren sollen bei der Durchführung von Profiling, aber auch beim Aufbau eines Profiling-Konzepts innerhalb einer Organisation bedacht werden, zum Beispiel anhand einer Checkliste. Alex ist nun fast Experte in Sachen Profiling. Alex weiß, Profiling ist nur eine Momentaufnahme. Je nach Situation und Rahmenbedingungen liefert dies immer andere Ergebnisse. Auch wenn alle Fragen rund um den passenden Einsatz und das passende Setting vorab geklärt und berücksichtigt werden. Alle angewandten Methoden sollten zumindest barrierearm, am besten barrierefrei sein. Nicht alle Testungen, die zum Profiling gehören, können digital durchgeführt werden. Jede Organisation, jede beteiligte Fachkraft sollte sich mit den gelingenden und störenden Faktoren rund um Profiling auseinandersetzen und mittels eines Konzepts festhalten. Hilfreich ist es, wenn sich Fachkräfte diesbezüglich weiterbilden und ihnen betrieblich spezialisieren.